Moin Leute, hier, willkommen zu dem neuen Let's Play Heroes Row. Ja, die Aufnahme ist an, müsste ich mich immer noch vergeben. Lunatics hat sich aufgelöst. Ich hab gesagt, wenn du mich kickst, Nora, geh ich. Die hat mich gekickt, weil ich dieses Team im Wochenturnier auf Platz 2 und mich auf Platz 1 gebracht hab, weil ich einen Angriff auf ein schlechteres Team gestartet hab. Ich hab einen, glaub ich, der Blitz oder einen von der King Junior, einen von denen angegriffen, der One Piece und weiß auch immer, damit die von der weiter oberen Stufe, damit die nicht so aufsteigen im Wochenturnier. Wir würden noch locker Platz 1 kommen im Wochenturnier. Locker. Hier ist kein gutes Team, was uns runterhauen könnte. Die eigentliche Team. Aber trotzdem, die sind sogar nur Platz 3. Mit viel, viel Ehre zurück. Und die fragten, okay, Nora, du willst mich kick, weil ich das Team so weit bringe. Im Wochenturnier. Ja, haben wir uns gestritten, haben die uns gekickt. Ja, egal, machen wir ein paar Sonderinsätze. Demnächst am 15. verlose ich wieder eine PSC. Also, ja, ein paar Donuts. Ja. Ja. Unsere Skillung ist zur Zeit 0. Ich weiß, ich warte, bis ich neue Items kriege. Ich hab die jetzt auf den Durchschnitt mittelmäßig verteilt. Und warte, bis ich neue Items kriege. Ich kann mir kaufen, die Minuskraft plus Institution und Grips haben, damit ich so circa wieder auf 800 Kraft komme. Das will ich waschen morgen, damit der Grips und am besten Institution nur rauskommt. Minuskraft. Das wäre perfekt. Ja. Wir starten noch eine Mission. Eine ganz gute, ganz kurze. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Okay, wir starten die längeren. Ich brauch eh Minus, aber ich könnte es besser machen. Nein, wir starten die nicht. Ohne Zeit. Mit weniger Minus? Nein, nein, wir starten die auf jeden Fall. Und Chef Oma ist doch nichts best, oder nicht? Chef und seine Oma. Wir gehen auf den Second-Hand-Shop. Holen das aus dem Bankfach raus. Und haben wir ewig, aber. Wir haben es fast verkauft. Und nähen es ganz kurz paar Mal um. Nur paar Mal. Okay. Nee, man ist schön genug. Ich glaube, ich möchte es. Hm. Ist es schön genug? Nein. Finde ich immer noch nicht schön genug. Ja. Wieso ich das Ganze jetzt ein paar Mal um nähe? Ja, ganz einfach. Ich habe die Quest. Ich bin jetzt wieder bei Black Edition. Und Vampire X, der war bei uns auch im Team, ist auch bei Black Edition. Dessen der Held ist auch raus. Aus. Heißt es. Lunatics ist auch zu uns gekommen. Ja. Ich habe extra Duelle für euch gespart. Ja. Wir nähen es noch ein paar Mal um. Sieben Mal, glaube ich. Ganz kurz. Dauert noch kurz. Das ist doch ganz viel Zeit, wieso. Wir schauen kurz die Quest an. Wie oft wir das noch umnehmen müssen. Noch sechs Mal nähe ich es für euch um. Für euch. Damit wir neue Ware machen können. Damit wir uns neue Waren machen können. Ich zeige euch das schon. Ich kann nicht. Aber französisch mal. Und. Kostet mich schon ein bisschen Geld. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Isländische. Gibt es eigentlich auch. Es gibt nochmal amerikanische Fragen. Ukraine. Deutsche. Ukraine. Verstehen. Hero Zero Support. Wir müssen nachher dem Hero Zero ein Ticket schreiben. Worum es geht, würde ich nicht sagen. Ja. So. Dreimal, glaube ich. Meine Schneidekunst ist wundervoll. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Immer noch nicht. Müsst du mal umnehmen. Nach der Fantinie bekommen. Die lese ich jetzt nicht öffnend vor. Ah, ganz kurz. Wie soll ich wieder? Das ist der Hero Zero Let's Player. Verdammt, Batman. Wie soll ich? Wie soll ich? Wie soll ich? Ich Ouisi Unitspeicher. Und das passiert. Und ganz kurz. Das kaufen wir uns mal. Vielleicht wird da morgen was draus. Da was Maschinen. Obwohl. Wir schauen einfach mal. Das ist Kraft. Aber nichts. Minus Kraft plus Krebs. Brauch plus alles andere auch. Plus insgesamt. Minus 2. Nein. 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 Das waschen wir morgen. Haben eine geringe Chance. Aber ja. Batman hat mir geschrieben. Achso. Kannst du ein neues Video machen? Ja. Ich lebe es jetzt nicht auf die Schmerz. Einladung. Dann nehme ich gleich alle fünf Jahre. Ja. Aber auf jeden Fall, dass ich ein neues Video mache. Deswegen danke herzlich. Dass jemand so schön meine Videos schaut. Ich grüße dich Batman. Wir ziehen auch mal alles schnell aus. Blöd. Blöd. Die müssen uns noch nicht zu Ende. Deswegen. Wir ziehen alles aus. Das sind die gleiche. Der geht jetzt schon schlafen. Nein. Nein. Auf Freude. Den Gehen kommt. Ja. Nee. Wie war's mit Tino? Ist da noch bei den Medics drin? Leid. Ich habe nur auf WhatsApp geschrieben. Das soll rausgehen. Nee. Verlieren wir. Ja. Ganz okay. Aber wenn wir. Das gewinnen wir halt. Nicht aus. Jetzt müssen wir jetzt halt die ganze Zeit da drauf gehen. Den Tino angreifen. Tino 99. Mit einem Kuhlenhund. Dem Rambo Rambo. Dem Ramschi. Ramschi. Jetzt fragt euch vielleicht, wieso wir Ehre verlieren wollen. Ehre wollen wir verlieren. Weil wir Ehre verlieren wollen. Damit wir im nächsten. Nächste Woche im Wochenende. Weiter aufsteigen können. Wie ihr wisst. Wer weiter runter kommt, den glaube ich an. Kaufbrausch. Scheiße. Ja. Wir wollten noch Duelle machen. Gehen auf die Rangliste. Helden suchen uns Platz. Dann 7000. Oh, Ehre brauche ich. Ehre. Ups. Ups. Rang 3000. Aus. Always throw. Nee, das ist. Okay. Rang 2000. Ich bin nicht erst verpasst, ich. Ich sage, okay. 2300 gehen. Ein aktiver. Ein 70er mit dem Team. Wie ist der? Oh, war das knapp. Naja. Dann ist der. Können wir nochmal versuchen. Oh ne. War eigentlich nur glücklich gerade. Wir haben keine Duelle mehr. Ja. Das war es eigentlich für heute. Da kann ich es wirklich sagen. So eine Einsätze verkacken wir wie immer. Aber wir schauen mal, was wir in den nächsten Tagen mit unserer Skillung machen können. Damit verabschiede ich mich schon wieder. Grüße euch alle herzlich. Vor allem Batman. Und mein ganzes Black Edition Team. Würde mich freuen, wenn ihr mal in meinen Let's Play vorbeischaut. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Das war's. Vielen Dank.